Ich glaube, jetzt geht's los. Bolton men approach him, milord. Something wrong with your gate? Well, aren't you the little lord? No wonder you can't open the gate. Shall we help you? Now let me in. This is a lovely pile of timber, isn't it? Why the hurry? Are you cold? You know, I am a bit. Fortunately, there's no shortage of wood to burn around here. Thank you, my lord. A token for the new warden of the north. Let me guess. Forrester Ironwood. Carved by our most skilled craftsman. Ironwood. Doesn't look like much. Don't know what's so special about it. No one can match our skill. Is that so? No. Not bad. Lord Whitehill, can your lot do this? Given enough time, we could learn... Given enough time, you could do a great many things. But not this, apparently. The type is so funny. Quite the army you have. Lord Forrester. Very impressive. It's sexual. That's what's so good. Schau mal an das, mehr Forresters. Lord Ramsay. Komm her, ich kann dich sehen. Wir müssen wirklich auf die Arbeit beschäftigen. Lass sie sein, Lord Ramsay. Ah, ich bin über deine Familie. Wie du solltest. Ich bin der König. Ich werde dich nur mit mir sprechen. Erst. Let's see you bend the knee to my father. Lord Bolton. Warden of the North. Words are wind. Anyone kann sagen, dass sie loyal sind. Ich will, dass du mir zeigen kannst. Ich bin nur der König. Ist nicht der Warden auch die Begrüßung des Wörter? Aber dann, ich bin nicht mein Vater. Vielleicht ist das, was du sagst. Du siehst, er ist ein fucking Traitor, wie sein Vater und Bruder. Hier ist die Sache. Ich bin nicht klar, wie sein Vater. Der Kran, aber will was du. Was hast du, was du hast. Was du für die Starks verbrauchst. Schäuers, Schilder, Schmutz. Ich hoffe, dass du das auch machen kannst. Mein Vater hat so viel zu dem King geplant. Du willst ihn nicht schief, würde du? Das würde ich nicht auf mich interessieren. Du musst dich nicht aufschauen. Ihr Vater will have what he needs. Das ist ein guter Herr, kleiner Herr. Du kannst nicht glauben, Herr Forrester. Sie haben unsere Männer geschossen. Es war Herr Forrester, der das gemacht hat. Ein Whitehill-Soldier-Dead. Ein Bolton. Aber dein Mann-Lived. Nein, du bist falsch. Das ist nicht so, wie es passiert. Unsere Männer sind tot. Wie es passiert ist irrelevant. Du hast mich in der Wind und schlafen, so dass du deinen kleinen Armee schlafen kannst. Das Art von einem unserer... loyalen Mannermen nicht tun wird. Also habe ich eine Lösung, die alle helfen. Die Whitehills werden die Ihr Ironwood von diesem Tag auf. Was? Das Ironwood? Aber... Das ist unsere Leben. Das ist unsere Leben. Dann wäre es besser, wenn du einen anderen Job findest. Du kannst das nicht machen. Warum nicht? Du kennst dich etwas, die Whitehills nicht? Wir sprechen über die Bäume. Du sie brennst. Du sie brennst. Du sie brennst. Du sie brennst. Das ist nicht so schwierig. Die Whitehills hatten Ironwood. Mal. Aber jetzt die Bäume sind die Bäume. Das ist der Name. Natürlich. Sie wissen nichts, wie sie die Bäume schlafen. Ja. Du sie brennst. Ja. Du sie brennst. Sie brennst. Sie brennst. Sie brennst. Sie brennst. Too late for that. Do you have a man you trust? My son, Grif. Grif will lead the garrison. You have no right. Whitehills have no place here, lads. Do make this visit worthwhile. Please, Duncan, don't. Look at this, little Forrester. You're not frightened, are you? Lord Ramsay, please. And you? Are you Lord Ethan's older sister? I'm his twin, my lord. Ah, twins. Like the queen and her brother. Well, hopefully not just like the queen and her brother. I never had a sister. Always wanted one. Enough, Lord Snow. I have an idea. You'll come with me. You can be my highborn ward. Lord Ramsay, that's enough. Do you like hunting? Let her go. She's quite pretty, your sister. We'd get along well. My lord, if you want a hostage, take me. I suppose you can stay. Aren't you the brave lord? No, Ethan, no! What have you done? But I don't want the brave lord. Far too much trouble. Ethan! Ethan! No! You fucking bastard! No, no, no! I knew you'd ban the knee eventually. I think we've come to an understanding. Not Ethan! I certainly feel better about all this. Ethan! What have you done? However, the Foresters need to keep their end of the bargain. Take the police your lord. No! Kill him. If they give you any trouble. Brian! Lovely meeting all of you. We'll have to do it again sometime. Somebody help him! Fetch the mace so quickly! He brought his son to self. Mama! Stop! Let it go! Let it go! Stop that! Help me! Brian, please! Stop it! Let me go! Brian! Do something! Ethan? My son. Fuck! Boah! Ich hab überall Gänsehaut und bin... ...kotz davor, hier Mimimi zu machen. Deine Geschichte hat begonnen. Das nächste Mal bei Game of Thrones. Okay, ich bin... Ethan hat sich selbst für uns alle. Er hat Talias Leben retten. Er wird erinnert als Ethan der Brav. Das Haus braucht einen Liedern. Lord Ethan named me, Sentinel. Ich werde das Haus führen. Meine Frau hat gesagt, dass Sie die Liedern zu sein? Und Sie macht es ohne flinching. We can't let them hurt Ryan, too. We have to stop them. We do not stand alone. There are those who will fight for us. Those who hold House Forrester above all other loyalties. Those who will not stop until Ethan is event. Until Ryan is home again. Our house will not fall. We will be ready. Nothing comes without a cost, my lady. Are you prepared for what might happen? Okay. Ich habe mal so ein bisschen Teststücken. Komm, übel. Das war's mit Episode 1, Iron from Ice. So Leute, ich glaube sechs Episoden sind es insgesamt. Das heißt, fünf Episoden warten noch auf uns insgesamt. Und ich weiß leider nicht, in welchen Abständen die kommen. Ich werde aber immer versuchen, möglichst zu Belize, wenn es von der Zeit passt. Direkt weiterzumachen. Boah, ich bin gerade, ich bin einerseits geflecht gerade von dem Ende. Also begeistert von dem Ende, was das nicht mehr auslöst. Aber halt auch total fertig gerade, weil das einfach mal etwas traurig ist. Mich würde mal interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Ethan nicht stirbt. Das wäre mal ganz interessant. Wahrscheinlich schon mal. Ich hätte das natürlich auch gerne mal ausprobiert mit, ähm, auf dem Ramsey. Nicht Ramsey Bullshit. Dass wir den kriegerischen Weg gehen. Aber ich fand das irgendwie interessanter mit, äh, mit diesem Treffen. Ich meine, Ethan, die kannten ja Ramsey nicht in der Form. Die wussten ja nicht, dass er so krass unterwegs ist. Und ich war einfach gespannt, ähm, wie sich das abspielt. Ah, okay. Gibt mir echt Bock, das irgendwie nochmal zu spielen und zu gucken, was da noch so möglich ist, ne. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich erstmal mit Episode 1. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und, ähm, würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns dann weiter in der nächsten Episode wiedersehen. Wir werden dann auf jeden Fall dort ansetzen, wo wir jetzt aufgehört haben. Okay, die Credits sind vorbei. Also bis zur nächsten Episode dann, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüssi. Listen. Ich refuge. Ichrants nicht also nicht, dass, das gleich in deineren Vauche geht. Vielen Dank.